Als ich 14 war, wachte ich eines Tages in ein Bett auf, das nicht mir gehörte. Das Bett war weich, aber ich hatte Kopfschmerzen. Meine Augen weiteten sich und ich betrachtete die goldenen Wände. Alles war so prunkvoll. Die Wände, die Vorhänge und eine Wand bestand sogar aus einem riesigen Fernseher. Dann kam ein älteres Paar in den Raum und lächelte mich an. Ich hatte sie noch nie vorher gesehen. Wer seid ihr und wo sind meine Eltern? Mach dich nicht lächerlich, Jihan. Wir sind deine Eltern, lächelte die Frau mich an. Wovon redet ihr? Mein Name ist Lisa und ich kann mich an meine Eltern zwar nicht erinnern, aber ich weiß, dass ihr es nicht seid. Der alte Mann begann zu lachen. Was für eine Fantasie. Du heißt Jihan Kanan. Du bist unsere Tochter und du wohnst in diesem Haus mit uns. Ich legte mich zurück auf die wahnsinnig weichen Kissen. Ich war so verwirrt und mein Kopf pochte. Ich suchte nach meinem Telefon, aber es war nicht in meiner Tasche. In diesem Moment kam dieser alte, weißhaarige Arzt in mein Zimmer. Sie müssen sich ausruhen, Mrs. Kanan. Sie haben sich ganz schön den Kopf angeschlagen, als sie vom Pferd gefallen sind. Pferd? Ich hatte noch nie in meinem Leben auf einem gesessen. Gerade als ich mich zurücklegte und wieder einschlafen wollte, sah ich, wie der Arzt dem alten Paar zuzwinkerte, bevor er das Zimmer verließ. Irgendwas Seltsames ging hier vor sich, aber ich war zu müde, um es herauszufinden. Hi, ich bin Lisa aus der Türkei und das ist meine verrückte Geschichte, wie der Verlust meines Gedächtnisses mich zu einem reichen Milliardär machte. Aber bevor ich weitermache, klickt doch bitte auf ein Like und abonniert den Kanal. Am nächsten Morgen verließ ich das Schlafzimmer hinunter zum Frühstück. Das Haus war ein Palast. Es gab ein Dienstmädchen und sie knickste vor mir. Guten Morgen, Mrs. Kanan. Ich begann mir zu wünschen, dass das tatsächlich mein Leben wäre. Ich dachte mir, ich könnte genauso gut was essen, bevor ich abreiste. Also setzte ich mich hin und aß Lachs, pochierte Eier und frisch gepressten Orangensaft. Wenn ich jeden Tag ein Frühstück hätte, das einer Prinzessin würdig wäre, würde ich mich wohl daran erinnern. Als ich satt war, begann ich in Richtung der riesigen Tür zu laufen. Ich musste raus aus diesem Haus der Seltsamkeiten und herausfinden, was hier passierte. Hey, Jihan, wo willst du denn hin? sagte ein junger Typ. Er sah umwerfend aus. Ich fiel fast in Unmach. Er lächelte mich an und eine Sekunde lang dachte ich, ich wollte bleiben. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich nicht Jihan war. Also schob ich ihn aus dem Weg und rannte durch die Tür. Der Garten war so groß wie ein Fußballfeld. Ich rannte auf das riesige Tor am Ende der Einfahrt zu, immer noch in dem Seidenpyjama, den ich anhatte. Ich konnte den Jungen hinter mir schreien hören. Komm zurück, Jihan! Aber ich rannte weiter. Dann hörte ich das Aufheulen eines Motors. Mein Vater kam die Auffahrt herunter. Bitte, Jihan, komm wieder rein. Dir geht es nicht gut. Ich hatte keine andere Wahl. Ich ging zurück zum Haus, stieß die Tür auf mit dem Goldgriff und ging hinein. Die Frau sagte, du hast eine ziemliche Beule am Kopf bekommen, Jihan. Das ist normal, dass dein Gedächtnis beeinträchtigt ist. Ich bin deine Mutter, Frau Kanan. Und das ist dein Vater, Herr Kanan. Er lächelte. Das ist unser Zuhause und deins auch. Wie du sehen kannst, sind wir recht wohlhabend. Das bedeutet offensichtlich, dass sie Milliardäre waren. Vielleicht war das nicht das Schlimmste, was mir passieren konnte. Der heiße Junge sagte, und ich bin Oliver, ich bin dein Cousin, nur zu Besuch aus der Schweiz. Ich werde dir helfen, bis dein Gedächtnis zurückkommt, okay? Ich lächelte und schmolz dahin. Sie schienen eigentlich alle sehr nett zu sein, auch wenn sie seltsam waren. Ich meine, wen kümmert's? Sie waren reich. Und ich wusste nicht mal, wo ich sonst hingehen sollte. In den nächsten Wochen begann ich langsam, mein neues Leben zu akzeptieren. Mein Name war Jihan und ich gehörte zur Elite. Ich wurde in einer schicken Limousine mit zwei persönlichen Bodyguards zur Schule gefahren. Es stellte sich heraus, dass Jihan an ihrer Schule sehr beliebt war. Die Jungs kämpften darum, mit mir Mittag zu essen und luden mich zu Dates ein. Die Mädchen sahen mich offensichtlich als den Anführer des Rudels und schenken mir immer was. Ich liebte meine Lehrer und ich hatte alle Prüfungen bestanden. Ich ging sogar zu einem internationalen Mathe-Wettbewerb ins Ausland und hab die Trophäe mit nach Hause gebracht. Meine Haare wurden von einem Profifriseur gefärbt und eine Visagistin gehörte zum Team, was mich jeden Tag für die Schule fertig machte. Ich hatte einen riesen Kleiderschrank voller Designerkleidung und Schuhe. Die Hausmädchen und der Butler brachten mir Snacks, wann immer ich wollte und mein Personal Trainer hielt mich in Form. Ich wusste nicht mehr, welche Träume ich vorher hatte, aber das war das Leben, was jedes Mädchen wollte. Das Herrenhaus war allerdings ein wirklich bizarrer Ort. Jeden zweiten Tag verirrte ich mich und stolperte in einen seltsamen neuen Raum. Einmal kam ich in einen Raum, in dem ein Haufen Frauen Garn auf Spinnrädern webten. Ich fragte, wer sie seien, aber sie lächelten nur. Das war unheimlich. Ich konnte überall hingehen, außer in den letzten Raum im Westflügel. Das sei Tabu. Aber eines Tages überkam ich meine Neugierde und ich schlich mich hinein. Ich sah mich in dem riesigen Raum um und spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. Es sah aus wie ein verlassenes Zimmer. Eine Wand war komplett mit einem vergilblichen Gemälde bedeckt. Wo Engel in den Wolken flogen. In einem riesigen Bücherregal standen viele ausgestopfte Tiere und eine Sammlung von Puppen. In einer Ecke stand ein Kinderbett. Es sah aus, als wäre es erst kürzlich poliert worden. Ich hob die Decke auf. Wem gehörten diese Dinge? Du hast hier nichts zu suchen. Ich fuhr aus der Haut, als ich Mrs. Cannon mit einem seltsamen Lächeln im Türrahmen sah. Ich murmelte schnell, dass ich mich gerade verlaufen hätte und ging hinaus. Als sie die Tür abschloss, spürte ich, wie ihre Augen mir folgten. Diese Leute waren definitiv seltsam. Eines Tages ritt ich mit Oliver auf einem Pferd, als sich ein Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, den Stall näherte. Ich konnte hören, wie er sich mit Oliver stritt und ritt mein Pferd näher, um zu hören, was sie sagten. Der Mann schrie, ich muss sie sehen, ihr könnt mich nicht davon abhalten. Als ich näher kam, konnte ich sehen, dass der Mann etwa 50 war und mit zerrissener Kleidung und den blutunterlaufenen Augen halb verrückt aussah. Plötzlich entdeckte er mich und begann in meine Richtung zu taumeln. Da sind sie ja, ich weiß, was sie da tun. Damit kommen sie nicht durch. Verschwinden sie oder ich rufe die Polizei. Oliver stieß den Mann grob weg, aber er wollte nicht gehen. Als einige Wachen auf ihn zukamen, drehte sich der Mann um und wollte weggehen, aber er schaute noch eine Weile zu mir zurück. Als ich Oliver fragte, wer dieser Mann sei, sagte er ein verrückter Obdachloser. Er zog an den Zügel meines Pferdes und wir begannen wegzureiten. Ein Jahr oder so war von dem erstaunlichen Leben als Jihan vergangen. Als ich eines Tages ins Wohnzimmer ging, fand ich meine Eltern, die sich mit leiser Stimme unterhielten. Sie hörten auf, als ich den Raum betrat. Da bist du ja, Jihan. Wir haben gerade besprochen, dass wir dich auf eine Elite-Privatschule schicken wollen, damit du auf die richtige Uni gehen kannst. Ich freute mich riesig, als ich das hörte. Und das Beste daran, Oliver kam auch mit. Er war jetzt offiziell mein bester Freund. Das Verrückte war, es kamen zwei neue Bodyguards dazu. Ich hatte jetzt buchstäblich mein eigenes Gefolge. Oliver erklärte, wenn die Leute merken würden, dass ich mit den Kanans verwandt bin, könnte mich jemand entführen und Lösegeld verlangen. Ich zuckte mit den Schultern. Ich dachte immer, dass sie viel zu paranoid und komisch sind, was meine Sicherheit angeht. Ich verstand mich mit einer meiner neuen Schule ziemlich schnell. Die Jungs schwärmten wie immer, aber ich hatte sofort einen bestimmten süßen im Visier, Ben. Ich war damit beschäftigt, von dem ersten Date mit Ben zu träumen, als die Lehrerin mit einem neuen Mädchen in die Klasse kam. Sie stellte sie als Britney vor. Sie sah sich um und lächelte jeden an und plötzlich trafen sich unsere Blicke. Sie sah aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Die ganze Farbe wich aus ihrem Gesicht. Sie starrte mich ein paar Sekunden lang an, bevor sie wie benommen zum Platz ging. Ich spürte, wie sie mich die ganze Zeit anstarrte. In der Pause ging ich zu ihr rüber und sagte, hey, ich bin Jihan. Ich bin auch ziemlich neu hier. Willst du dich an den Tisch zu mir setzen? Sie schaute mich seltsam an, aber nach ein paar Sekunden lächelte ihr und sie sagte, ja, gerne. Britney und ich wurden ziemlich schnell Freunde. Ich fand heraus, dass sie aus einer armen Familie stammte und sich mit einem Stipendium den Weg an diese Schule gebahnt hatte. Sie fragte mich oft nach meiner Familie und schaute mich verwundert an, als ich ihr von meinem Leben erzählte. Ich hatte so ziemlich alles, was sie nicht hatte. Ich beschloss, Britney unter meine Fittiche zu nehmen. Du bist so hübsch, Brit. Ich werde mein Team auf dich zaubern lassen und ich weiß genau, wo ich dir eine neue süße Garderobe besorgen kann. Ich nahm Britney mit in meine Lieblingsdesignerläden. Als sie die Kleider anprobierte, musste ich zugeben, wie gut sie aussah. Wir sahen Ben und ich stellte mich schnell vor Britney, um sie vor seinen Blick zu verbergen. Ich grüßte ihn, aber er sagte nur, kannst du zur Seite gehen, Jihan? Ich bin hergekommen, um Britney Hallo zu sagen. Sein Gesicht sah aus wie ein Herz-Emoji, während er mit ihr sprach und ich war wütend. Am nächsten Tag in der Schule konnte ich feststellen, dass alle Britney viel mehr als sonst beachteten. Normalerweise, wenn ich mit meinem Outfit des Tages reinkam, hatten die Mädchen Oh und Ah gesagt. Aber heute waren sie alle hinter Britney her und sagten ihr, was für einen tollen Geschmack sie hatte. Sie lächelte nur und akzeptierte all die Komplimente. In der Schule haben wir eine Woche später einen Mathe-Test zurückbekommen. Die Lehrerin reichte mir mein Blatt und sagte, brillante Arbeit, wie immer, Jihan. Aber dann reichte sie Britney ihren Aufsatz und sagte, und noch bessere Arbeit von dir, Britney. Du bist die Klassenbeste. Ich versuchte so zu tun, als wäre es mir egal, aber ich fühlte mich, als hätte man mir eine Ohrfeige verpasst. War sie schlauer als ich? Ah, ich war wütend. Beim Mittagessen beschloss ich, mich nicht zu ihr zu setzen. Aber dann bemerkte ich, eine Menge meiner Freunde ging zu ihrem Tisch. Und wenn Ben noch näher bei ihr wäre, würde er auf ihrem Schoß sitzen. Als ich mein Handy durchging, sah ich ein Selfie, das erst vor zwei Minuten mit Ben gemacht wurde. Und es hatte 300 Likes. Ernsthaft, war sie eine Influencerin? In diesem Moment kam Oliver und setzte sich an meinen Tisch und lachte, man, diese Britney ist echt witzig. Oh, rate mal, was für ein Rätsel sie mir gerade erzählt hat. Zehn dicke Damen haben versucht, unter einen kleinen Regenschirm zu passen, aber keine von ihnen wurde nass. Wie haben sie das gemacht? Ähm, ist mir egal. Es hat nicht geregnet. Er brach in Lachen aus. Das war gar nicht lustig. Ich konnte nicht glauben, dass ich jemals Mitleid mit dieser Hexe hatte. Ich musste Britney wirklich in ihre Schranken weisen und ich wusste genau, wie ich das tun konnte. Auf dem Tennisplatz All die Privatstunden von Serena Williams sollten sich auszahlen. Ich forderte Britney zu einem Eins-gegen-eins-Spiel heraus. Die halbe Schule hatte sich versammelt, um uns spielen zu sehen. Ich wusste, dass sie Tennis spielt, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie so gut ist. Sie machte es mir wirklich schwer, aber ich hatte die Nase vorn. Ich grinste sie vom anderen Ende des Platzes an, während die Menge mir zujubelte. Sie schlug den nächsten Ball so bösartig auf, dass ich nicht einmal reagieren konnte, als er mit Geschossgeschwindigkeit auf mich zusteuerte. Er traf mich an die Stirn und ich flieh rückwärts. Mein Kopf schlug auf den Boden und alles wurde schwarz. Als ich wieder zu mir kam, waren der Trainer und ein paar Leute um mich herum versammelt und schauten besorgt. Ich entdeckte auch Britneys besorgtes Gesicht. Und es fühlte sich an, als hätte sich in meinen Kopf einen Schalter umgelegt. Ich wusste plötzlich genau, wer ich war. Ich wusste auch genau, wer Britney war. Die kämpferische kleine Hexe. Ich driftete wieder in die Bewusstlosigkeit ab. Aber später in der Nacht, als ich auf jeden Fall leckeres Essen bekam und es mir bequem gemacht wurde, konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Ich hatte endlich alles herausgefunden, aber ich weihte sie nicht in mein Geheimnis ein. Noch nicht. Am nächsten Tag in der Schule rannte Britney zu mir rüber und sah sehr traurig aus. Hör zu, Jihan, ich wollte dich nie verletzen. Aber ich habe sie einfach ignoriert und bin weggegangen. In den nächsten zwei Wochen ignorierte ich sie jeden Tag. Dann eines Tages hielt sie mich im Flur an. Was ist denn los? Hör zu, du Fiesling, ich kenne dich und ich weiß, was du tust. Du, du hast dein Gedächtnis zurück? Ja, und ich werde auf keinen Fall zu dir und der verrückten Familie ziehen. Ich bleibe bei dem wohlhabenden alten Ehepaar. Hör zu, ich weiß, dass die Kanans viele Verbindungen haben. Aber du weißt, ich habe einen Weg, dich und sie zu ruinieren. Es gibt nichts, was du tun kannst. Was willst du? Ich will bei den Kanans leben. Du musst sie überzeugen, mich zu behalten. Ich schwöre dir, Lisa, du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Ein paar Tage später zog Britney ein. Es war nicht schwer, meine Eltern zu überzeugen. Sie stimmten sofort zu. Die Kanans gaben ihr das Schlafzimmer neben mein. Ich war so wütend. Nachdem ich ihr hochnäsiges Verhalten sowohl in der Schule als auch zu Hause ertragen hatte, hatte ich genug. Ich wollte nicht zulassen, dass sie irgendwas gegen mich in der Hand hat, selbst wenn es mein perfektes Leben kosten könnte. Ich ging zu meiner leiblichen Mutter, um ihr alles zu erzählen, was die Kanans angestellt hatten. Das Haus war alt und schmutzig, sogar noch schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte. Die Tür war offen und ich sah meine Mom auf der Couch. Mom, ich bin's, Lisa, deine Tochter. Im Halbschlaf sagte sie, ja, und was willst du? Mom, ich bin wieder da. Mom stand träge auf und sah mich an, als ob nichts passiert wäre. Du solltest doch nicht hier sein. Ich habe deine Schwester zu dir geschickt. Genieße ihre Gesellschaft und geh jetzt und mach die Tür zu. Ich war super geschockt. Sie hat mich verraten? Was war da los? Ich beschloss, die Kanans nach all dem zu fragen. Als ich zu Hause ankam, fand ich alle vor, die Britneys Geburtstag feierten. Sie hatten die größte Party aller Zeiten und alle wichtigen, wohlhabenden Leute waren da. Sie dachten nicht einmal dran, mir Bescheid zu geben. Ich entdeckte Britney und sie war ganz fanat in Oliver. Sie umarmte ihn und berührte sein Gesicht. Ich nahm sie wütend zur Seite. Halt dich von ihm fern, er gehört mir. Ach ja, und was willst du dagegen tun? Hör zu, ich weiß nicht, was du und Mom im Schilde führt. Ich war in unserem alten Haus und sie hat mich rausgeschmissen. Oh, ja, sie hat dich zu den Kanern weggegeben. Als du dein Gedächtnis verloren hast, Dad ist abgehauen und sie war arm. Sie musste ihr unbeliebtes Kind weggeben und das bist du. Ich schrie alle an, die dumme Party zu beenden. Alle sahen entsetzt aus. Als die Gäste gehen wollten, hörte ich eine vertraute Stimme. Als die Menge sich trennte, ich sah Mom. Oh, ich hab sie eingeladen. Mama kam rein und starrte die Kaner wütend an. Wo ist mein Geld, ihr Diebe? Lasst uns doch unter vier Augen sprechen. Ich gebe euch meine Töchter nicht umsonst. Es ist nicht meine Schuld, dass ihr keine Kinder haben könnt. Wenn ihr Kinder wollt, müsst ihr mich bezahlen. Okay, also Mom hat mich weggegeben und Geld von ihnen zu bekommen? Mom, schon okay, dass sie diesen Monat zu spät zahlen. Ich habe in letzter Zeit eine Menge Geld von ihnen ausgegeben. Sei geduldiger, Mom. Eine monatliche Zahlung? Was ist hier los? Plötzlich hörte mir ein lautes Geräusch und ein riesiger alter Mann betrat den Raum. Während unsere Leibwächter versuchten ihn aufzuhalten. Er roch schlecht und dann sah ich sein Gesicht. Es war der Mann, der vor Jahren gekommen war, als Oliver auf unseren Pferden war. Ich erinnerte mich jetzt genau, wer er war. Es war mein Vater. Mom sah schockiert und wütend aus, als sie ihn sah. Was um alles in der Welt tust du hier? Dad starrte sie an. Oh, du dachtest, ich würde nicht herausfinden, was du vorhast? Wenn du mit unseren Töchtern Geld verdienst, will ich meinen Anteil. Mrs. Kahnan wandte sich mit Tränen in den Augen und sah mich an. Siehst du, wie verrückt deine Eltern sind? Es tut uns leid, dass wir dich angelogen haben, aber wir lieben dich wirklich und wir können dir alles geben, was du wirklich verdienst. Mit einem Blick auf meine eigenen Eltern und dann auf die Kahnans traf ich eine Entscheidung. Ich möchte, dass ihr mich legal adoptiert. Und Britney, diese Leute haben es nicht verdient, uns zu haben. Und ihr müsst uns nie wieder einen Lira zahlen. Britney freute sich und die Kahnan umarmten uns beide vor Freude. Die Wachen brachten unsere schreienden Eltern weg. Britney und ich verbesserten unsere Beziehung und kamen uns näher. Wir machten beide unseren Abschluss und heute, acht Jahre später, heiratet Britney. Und nein, unsere biologischen Eltern waren nicht eingeladen. Wir machen unsere Beziehung. Wir machen unsere Beziehung. Wir machen unsere Beziehung. Wir machen unsere Beziehung. Vielen Dank.